Komm ran! All this is Rath 벌�at, All this is Rath于 One, All this is Rath of dreads now. Aus! Auf Schuss! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Aller! Aller! Eckball für uns. Keiner mehr vorne. Schade. Spannung vor hier. 2-1 Runde Zebrauch. Passt noch! Passt noch! Aus! Weg! Jawoll! Klappert hier! Jawoll! Ohne Foul! Ohne Foul! Ja! Weg! 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 Weg, dear man! Weg! Weg! Wegص! Weg! 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 Halt! Was will er hier noch? WEIF! Meine Schweste! Gibt's doch nicht! 5 Minuten angezeigt! Jawoll! Ja! Ja! Meine Schweste! Gut waren Alter! Gibt's doch nicht! M-N-S-O! Ja! Ja! Warum war das die Schwierigkeit? Niemals! Niemals! Wir schauen uns an Kreisen, Arena! Du scoren! Du! Danke! Die Highlights! Schauen wir uns gleich nochmal an! Und dann reißen wir es wohl! Die Team ein Wort! Ja! 2-1 für unsere Zebras! Gegen EU 23 ist der BVB! Ja! Bielefeld hat auch nur 0-0 gespielt! Damit ist Bielefeld immer, ja, ärgster Konkurrent! Wir spielen übrigens noch Ende März in Bielefeld! Quasi an Ostern und dann alle nach Bielefeld! Aber bis dahin sind noch zwei Spiele! Naja! Nächste Woche nach Unterhaching! Dann kommt Saarbrücken hin! Und dann geht's nach Bielefeld! Ja! Sechs Punkte, denke ich mal, in Unterhaching! Bisschen sich fähig! Ja! Ja! Klar! Und ähm... Ich bin begeistert, Alter! Total geflächelt! Aber wieder auch aufgeregt! Warum diese Scheiß am Ende, Alter! Naja, egal! Mehr in meinen weiteren Videos! Nur der M-S-O!